Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Ulysses. Wir haben letzte Woche ein Video online gestellt, in dem wir davon berichtet haben, was ist der Stand der Dinge im Hause Ulysses. Letzte Woche waren wir sehr damit beschäftigt, uns intern zu organisieren und dafür zu sorgen, dass wir handlungsfähig bleiben. Übers Wochenende hatten wir allerdings auch endlich die Gelegenheit, uns darum zu kümmern, wie können wir als Ulysses, wie könnt ihr eure lokalen Läden unterstützen. Die lokalen Läden sind die Pfeiler dieser Szene. Und ohne die lokalen Läden wird auf Dauer diese gesamte Szene nicht existieren. Ganz viele von denen, und das sind echt gute Nachrichten, haben es geschafft, kreative Ideen aufzustellen, mit denen sie euch weiterhin mit den Spielen, den Büchern und den Sachen, die ihr haben wollt, versorgen können. Da gibt es zum Beispiel Läden, die bieten einen Uphol-Service an. Ein Uphol-Service, wo ihr im Laden anruft, sagt, was ihr haben wollt. Der Ladenbesitzer sagt euch, wo und wann ihr das abholen könnt. Und ihr bekommt das sozusagen wie, wenn ihr aktuell in ein Restaurant geht, was einen Uphol-Service anbietet, direkt dort ausgehändigt. Es gibt auch Läden, die ähnlich wie Lieferservice für den Schnellimbiss euch die Sachen direkt vor die Haustür fahren. Also die Kollegen dort stellen sich hin, packen eure Ware ein, fahren die direkt zu euch nach Hause. Damit könnt ihr auch direkt loszocken. Und zu guter Letzt, ganz viele Läden haben einen Versandservice. Auch der bleibt natürlich weiterhin offen. Wir kriegen im Laufe des Tages eine Liste mit Läden. Auch mit dem Inhalt, was bieten die genau an, wie könnt ihr die erreichen. Die werden wir selbstverständlich umgehend mit euch teilen. Wir werden sie auf die Webseite stellen. Wir werden sie über unsere sozialen Medien verbreiten. Tut das bitte auch. Wenn ihr trotzdem bei Amazon bestellen wollt, dann tut euch und dem Rest der Szene den Gefallen und bestellt bitte über den Marketplace, nicht über Amazon direkt. Warum? Zum einen hat Amazon angekündigt, dass es in Zukunft wahrscheinlich größere Verzögerungen geben wird bei der Auslieferung von Artikeln, die nicht zum täglichen Bedarf gehören. Die werden hinten angestellt. Das heißt, ihr wisst gar nicht genau, wann ihr sie bekommen werdet. Wenn ihr sie über den Marketplace bestellt, habt ihr den Vorteil, dass ihr zum einen jemanden unterstützt, der wirklich etwas für diese Szene tut. Das mag ein Händler sein, das mag ein Hersteller sein. Egal wie, das sind wirkliche Teilnehmer, die wir in dieser Szene brauchen. Wenn ihr über den Marketplace bestellt, habt ihr auch den Vorteil, dass ihr garantiert jemanden habt, der alles daran setzen wird, eure Ware möglichst schnell zu euch zu bekommen. Also bestellt gerne, aber so, dass es unserer Szene zugute kommt. Und zu guter Letzt werden wir von Olysses Spiele das Support Your Local Dealer Programm aufsetzen. Das läuft über den F-Shop und bietet euch die Möglichkeit, euren lokalen Laden damit zu unterstützen. Wenn ihr also eine Bestellung im F-Shop platziert, könnt ihr dort in ein Feld eintragen, bei welchem Laden ihr das normalerweise gekauft hättet. Dieser Laden bekommt dann von uns 15% des Umsatzes, den ihr getätigt habt, direkt und kann damit arbeiten, sodass er die Möglichkeit hat, weiterhin seine und die Extenzen seiner Mitarbeiter zu sichern. Verbreitet die Nachrichten, bleibt dabei, spielt mit uns. Gemeinsam kommen wir durch diese Krise und am Ende wird unsere Community stärker sein als jemals zuvor. Ich danke euch. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020